Die Farbe hier ist cool, aber das, Digga, das, Entschuldigung nicht, dieses Material. Ich weiß nicht, diese Marke. Das Ding sieht aber gut aus. Ja, hab meine Mutter aufgesucht. Das schneiden wir raus. Gut. Lauter Lakers wird. Weiß ich jetzt nicht. Das sind die, die so komisch geschnitten sind. Die kannst du nicht runterziehen. Die sitzen so komisch. Welche ist die beste von den Badehosen hier? Die. Ich weiß nicht. Die Farbe ist cool. Ach, die sind viel zu dünn. Der Stern ist cool. Wir haben noch Pilze. Ich habe lauter Frankfurtswachen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Musik 2nd 1st Das ist ein Nächster. Jetzt gehen wir... Ich hab zwei, wie viel soll ich mitnehmen? Was? Das sind so Säulen. Säulen. Die drehen sich dann. Ich weiß, was du meinst. Für Strom zahlen wir nicht, gell? Nö, naja, schlecht. Wenn du plassest, kannst du zwei mitnehmen, keine Ahnung. Gehen wir zuerst zum Dönerladen oder... zum H&M. Ich weiß nicht, wo der Dönerladen ist, da mussten wir... Wir gehen zu den Geschäften. Okay. Dann gehen wir durch die Victoriastraße. Ja. Das ist meine Frisur. Okay. Das ist meine Lieblingsstraße, die Barmer gefasst hat. Ja. Das ist die Victoria. Weil da sind die alle mit 80 oder so durchgerast, um anzugeben. Und jetzt ist es aber 30er Zone. Aber sie fahren immer noch alle mit 80 durch. Hachan. Welchen Auto hab ich auch mal durch. Ah, mit 80? Ja. Cool. Ich brauch dieses Hemd. Das ist jetzt auch fresh. Ich hab den ganzen Regenbohm hier an Hemden oder sowas in der Art. Das ist eigentlich so eine Dingsmarke. Vieren kosten die. 130. Kommt drauf an der... Zitizen, kennt... ja... Das ist eigentlich so eine Dingsmarke. Ja, ähm... wie heißt das? Ähm... Taschenrechner. Kenn ich. Nicht der, oder? Ich weiß nicht, wie die Töne... Ist das der? Ja, die Töne. Heilige Scheiße, der ist aus 1900.